Holistik Pulsing ist eine ganzheitliche Körperarbeit. Sie aktiviert die Ressourcen der Selbstheilung, die in jedem Menschen vorhanden sind, und wirkt in der absoluten Einfachheit über die Körperschwingung. Es entsteht eine wohlige Entspannung, die im ganzheitlichen Sinn, eben holistisch, auf Körper, Geist und Seele wirkt. Ich würde sagen, ein Gefühl des Schwebens entsteht. Die heilsame Kraft der Berührung. Holistik Pulsing bewegt ganzheitlich. Wertvolle Begleitung in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter. Jede Zelle des Körpers wird eingeladen zu tanzen. Leichtigkeit Verfeinert Begleitung Achtsamkeit Wertvoll Bewusstsein Bereichernd Schwingen Schwingen in Harmonie Verfeinert Begleitung Untertitelung des ZDF, 2020